Wer bin ich? Also ich bin Georg Fraberger, ich komme aus Wien, ich bin Psychologe und bin Buchautor. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Arzt und Philosophen und manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich mache. Ich weiß, dass sich ein gläubiger Patient zum Beispiel viel lieber den Papst wünschen würde oder den Dalai Lama, wenn der auf Besuch kommen würde und nicht den Psychologen, aber im Spital wird halt nur der Psychologe finanziert. Ich weiß, dass viele Menschen, die gern Fußball spielen, auch gern einen Fußballstar sich wünschen oder Musiker würden sich dann einen einen Star, einen Rockstar wünschen, aber es kommt der Psychologe und ansonsten würde ich sagen, ich bin der, der für das Wohlbefinden anderer Menschen sich verantwortlich fühlt. Also Menschen, die mir nahestehen, würden wahrscheinlich sagen, ich bin das Schaf im Wolfspelz. Ich arbeite gern mit Menschen, weil ich eine Liebe und eine wirkliche Schwäche für die menschliche Natur habe, für das Wesen von Menschen und weil ich Menschen gern kennenlerne. Ich habe irgendwie ein Talent immer genau ins Schwarze zu treffen, dadurch auch die Menschen entweder enorm zu kränken oder oder zu faszinieren, weil die glauben, ich weiß was. Aber es ist anscheinend mein Talent wirklich immer genau ins Schwarze zu treffen. Bei der Frage, wie kann man mich aus der Ruhe bringen, muss ich sagen, wenn man mich anlügt. Ich bin ein sehr, sehr gutgläubiger Mensch und wenn sie mir sagen, sie wollen auf den Mond fliegen, dann frage ich, wann geht es los, weil ich ihnen das glauben würde, dass wir fliegen. Und dann wäre ich enttäuscht, weil ich die Wahrheit oft nicht erkenne. Das bringt mich dann aus der Ruhe. Ja. Heute ist an meinem Vorgehen anders als früher, dass ich mich weniger geniere dafür, wer ich bin. Ich bin halt so, wie ich bin und wenn die Leute mich nicht wollen, dann sollen sie woanders hingehen und wenn sie mich wollen, dann sollen sie kommen. Ich fühle mich wie ein Bäcker, der Semmeln verkauft. Und wenn man mich fragt, ob ich auch ein Schnitzel verkaufe, dann sage ich, nein, hier kriegen sie die Semmeln. Und früher habe ich versucht, Wünsche zu erfüllen. Heutzutage lebt man nicht mehr für den Himmel, sondern jeder lebt für das Glück. Und das kann man nur erreichen, wenn man seine Individualität fördert, wenn jeder das wird, was er ist. Und dafür muss man sich auch trauen, das zu leben. Und die Menschen, die sich das nicht trauen, die werden einsam. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Menschen Mut zu machen, um gegen die Einsamkeit anzukämpfen. Wenn ich könnte, dann würde ich gerne Menschen davor bewahren, sich selbst anzulügen. Und ich würde ihnen Mut machen, gleich das zu leben, was sie sind. Die Chance der Einsamkeit liegt darin, glücklich zu werden. Und ich würde ihnen nicht tun, was sie sind. Und ich würde ihnen sein, Having